Weiter mit dem Teil, den wir vergessen haben und aus der Erinnerung wegen der defekten Kamera verloren haben. Wie geht es weiter also mit jener Tröstung, die sich ja logischerweise daraus ergibt, dass es nicht weiter ginge, wenn es dieses Vergessens dieser Tröstung mangelte. Denn am Ende muss das Produkt ja weitergehen, daraus ist das oberste primordiale Ziel. Also bedarf es des Vergessens und der Tröstung nach dem Schocktrauma, wie der blöde Satz sagt, denn das Leben muss weitergehen. Also das ist dann von dieser Form, ja, ja, ich weiß schon, dass ich nichts weiß, dass ich nicht lebe, dass ich doch lebe. Dass der Sinn des Seins nicht das ist, was ich da tue oder dass er es doch ist, was ich da tue. Und dass es keinen Sinn gibt oder dass es doch einen Sinn gibt, der eben darin besteht, in diesen Banalitäten und Oberflächlichkeiten, die nur an die Oberfläche gerückt sind, weil sie sich da besser verstecken können vor der Verwerfung, um die es nicht gehen kann, die überwunden werden muss. See you, see you, see you.